Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, so und vielleicht erkennt man ja schon was wir heute machen, allein im Titel wirst du es ja schon sehen. Und zwar bauen wir heute den goldenen Trüffel, der wurde ja schon vor langer Zeit vorgeschlagen, eigentlich genügend schon mal vorgeschlagen, dass wir uns jetzt endlich mal heransetzen daran. Zum Gebäude an sich, das vor uns ist nur der Vorbau, das Original wird sich im Blockmaterial komplett verändern, falls dir irgendwas jetzt gefallen sollte, kannst du es natürlich auch dann beim Original nochmal übernehmen. Zum Gebäude an sich, was du jetzt hier vor dir siehst, ist ein, sag ich mal, so ein bisschen entworfen von der Spiele-App-Version, also von der Größe her. Und von der Optik ist es so beides gemischt, so ein bisschen Spiele-App und auch ein bisschen aus den Folgen der Simpsons. Das Ganze wird auch eingerichtet, dafür gibt es dann den zweiten Teil, der ist dann einmal unten auch in der Videobeschreibung verlinkt, da kommt es dann hin zur Einrichtung, also da zeige ich dann das Ganze, wie ich das eingerichtet habe. Und ja, soviel eigentlich dazu erstmal gesagt. Ich werde auch versuchen, das Ganze so gut es geht, wie in der Folge der Simpsons oder allgemein in den Folgen der Simpsons mich da innen drin da so dran zu richten, das Ganze einzurichten. Von der Größe her wird das Ganze aber nicht so sein, dass es original ist. Falls du dir das Ganze aber gerne so machen möchtest, wie bei den Simpsons, empfehle ich die ganz einfach beim Bauen, denn wenn wir am Ende dann nach hinten gehen, einfach statt nur zwei Fenster, einfach insgesamt so etwa so vier oder drei Fensterformate an sich nach hinten das Ganze zu verlängern. So solltest du dann innen drin genug Platz haben. Bei zwei, sage ich dir jetzt schon, reicht das Ganze nicht. Ja, aber gut, ich würde sagen, wir legen los. Ich habe hier auch schon ein bisschen ausprobiert von der ganzen Farbe her, weil das Gebäude doch schon sehr vielreich ist von der Farbe her. Und da fliegen wir einfach mal hin, wo das Ganze entstehen soll. Ich habe mir einfach gedacht, so hinter unserem Villen, dass unsere ganzen Reichen in Springfield hier einfach mal über ihre Hecken springen können und gleich hier zum goldenen Trüffel gleich hinkommen. Müssen sie nicht lang anstehen. So, und ich würde sagen, zum Bauen brauchen wir immer erstmal Blöcke, das heißt, wir gehen hier an unsere Kiste ran. Natürlich anstandsmäßig holen wir uns erstmal die erste Reihe raus, so kennen wir uns, so müsste das ja sein. So, und das heißt ganz einfach mal, wir holen uns raus. Erstmal hellgraue Keramik, dennoch mal Keramik an sich, also das ganz normale, denn brauner Zement. Dann holen wir uns noch Glas raus. Ich empfehle heute mal türkise Glasscheiben, kann es auch zum blauen ein bisschen mehr hingehen. Also halt immer so deine Lieblingsfarbe. Dann nehmen wir noch ganz normale Steinstufen, so wie unser Bürgersteig. Dennoch hellblaue Keramik, Eisen geht da dürfen nicht fehlen, denn hellgrauer Beton und dann einfach noch Ziegelblöcke. So, wenn wir dann das ganze Blockmaterial zusammen haben, geht es los und zwar würde ich sagen, fangen wir erstmal mit der hellgrauen Keramik an. Ich richte mich so ein bisschen auch immer zur Straße, das heißt also in meinem Gebäude wird so etwa vier oder fünf Blöcke vom Bürgersteig entfernt sein. Also kannst du dich auch so eventuell vielleicht daran richten oder stellst du es genau gleich ran. Aber nicht vergessen, beim Eingang ist auch noch so ein roter Teppich, also setze es ein bisschen weiter nach hinten, ansonsten hast du nicht so gut, ja oder so einen langen roten Teppich für unser Gebäude. So, wir fangen jedenfalls erstmal an mit der hellgrauen Keramik, das heißt wir setzen erstmal eine Viererfläche hin, neben den, habe ich jetzt eigentlich den Block dabei, habe ich gar nicht dabei. Warte mal, wir tauschen mal kurz aus, guck, wie brauche ich noch, ach, den habe ich gar nicht ausgewählt, hm, komisch. Naja, jedenfalls brauchen wir noch den, äh, polierten Granit, habe ich den eigentlich dabei? Ach, habe ich gar nicht dabei, guck mal an. Also jedenfalls den polierten Granit brauchen wir noch, wir können ja hier immer so ein bisschen hin und her zwischen. So, jedenfalls fangen wir dann mit dem polierten Granit an, einfach mal an unserer Viererfläche, zur Seite weg, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Blöcke hinzusetzen. Dann nehmen wir uns einfach unseren, ja, grauen Beton zur Hand, setzen einen hin, lassen zwei Blöcke frei, setzen nochmal einen hin, setzen dann zweimal polierten Granit hin und dann setzen wir dann einfach mal unsere hellgraue Keramik wieder zu einer Viererfläche hin. Wunderbar. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, wechseln wir einmal zu unserem braunen Zement. Den setzen wir jetzt an unserer Viererfläche einmal nach hinten weg, also an sich immer so gleich hier in diese Ecke rein, ne, damit das hier dann sich so zumacht. Da setzen wir einfach einen Zweier ran, lassen zwei Blöcke frei, setzen nochmal einen Zweier ran, zwei freilassen und nochmal. So, dass wir insgesamt drei Zweier haben. Falls das Ganze hier jetzt natürlich in drinnen, was du einrichten möchtest, wie in der Folge das Ganze ist, empfehle ich dir jetzt noch insgesamt so zwei weitere Zweier hinzusetzen, ne. Immer so einen Abstand von zwei, aber ansonsten lassen wir das Ganze so und setzen jetzt einfach mal mit hellgrauer Keramik hinten noch so eine Viererfläche hin. So, jetzt nehmen wir wieder unseren braunen Zement und ich würde sagen, bevor wir die Rückseite machen, gehen wir jetzt auf die andere Seite, müssen wir das Ganze hier auch nochmal langziehen, ne. Also einfach an unseren Vierer zwei Blöcke hin, zwei freilassen, zwei hin, zwei frei, zwei hin. Insgesamt dreimal, ne. So, dann setzen wir wieder eine Viererfläche von unserem hellgrauer Keramik hinten ran, nehmen nochmal unseren braunen Zement und müssen das Ganze jetzt hier ausfüllen. So, hier lassen wir jeweils auch immer zwei Blöcke frei. Wir fangen erstmal an mit zweimal braunen Zement, zwei frei, zwei hin, zwei frei. Jetzt müssen wir drei hinsetzen, dann lassen wir zwei frei, zack, zwei hin, zwei frei, zwei hin. Warum wir jetzt den Dreier haben, ist ganz einfach, wir haben natürlich jetzt hier nicht so eine Zweiermitte, sondern eine Einermitte vom Gebäude und daher müssen wir uns damit richten. Super, so, wenn wir das Ganze geschafft haben, heißt das, jetzt müssen wir alles ein bisschen höher ziehen, aber bevor wir das machen, setzen wir erstmal auf unseren braunen Zement, den wir haben, überall eine zweite Schicht hin. Und wenn wir das Ganze denn haben mit unserem braunen Zement, nehmen wir nochmal jetzt einfach mal unsere Keramik so an. Denn wir fangen jetzt erstmal mit der Rückseite hier so und den Seiten an, bevor wir die Frontseite machen. Also jetzt setzen wir einfach mal auf unserem braunen Zement jeweils nochmal eins, zwei, drei, vier und fünf weitere Keramik drauf. Haben wir denn da einfach noch fünf Schichten wieder raufgesetzt mit unserer Keramik, nehmen wir einmal unseren braunen Zement zur Hand und setzen darauf jetzt wieder eine weitere Schicht. Danach, wenn wir das geschafft haben, nehmen wir wieder unsere Keramik zur Hand und setzen darauf wieder eins, zwei, drei, vier, fünf weitere Keramikschichten. Nachdem wir denn da auch wieder unsere Keramikschichten raufgesetzt haben, können wir nochmal unseren hellgrauen Keramik zu annehmen. Und ihr erinnert euch, wir hatten ja angefangen hier mit diesen Viererflächen, davon hatten wir ja vier Stück und die müssen wir jetzt natürlich nachziehen und das ist genau die gleiche Mühe, wie wir unsere Wände schon haben. Nachdem wir denn die ganzen Seiten fertig haben, kommen wir natürlich jetzt zu unserer federenden Seite und das ist natürlich die Vorderfront. So, da fangen wir am besten an mit unserer normalen Keramik, würde ich mal sagen. So, die setzen wir einfach mal hier auf der, so jetzt sind wir auf der linken Seite einfach hinten ran. Wir richten uns jetzt mal so ein bisschen nach unserer braunen Spur, die wir uns hier so ein bisschen gezogen haben. Da setzen wir erstmal die ersten zwei Schichten erstmal nur bis dahin. So, danach nehmen wir einmal bitte unser, haben wir den hellgrauen Beton zur Hand und setzen darauf denn eins, zwei, drei, vier weitere Schichten hin. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal mit unserem grauen Beton auf zur rechten Seite und da setzen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben weitere Schichten, obwohl sieben, ne machen wir acht insgesamt, genau acht weitere Schichten hin. Insgesamt haben wir ja hier jetzt neunmal grauen Beton und hier am Ende müssen wir nochmal eins, zwei, drei weitere Schichten draufsetzen. So, jetzt nehmen wir wieder unsere Keramik zur Hand, können das Ganze jetzt erstmal auf die gleiche Höhe machen, wie wir jetzt an sich das hier gezogen haben und können das Ganze hier auch gleich oben zuziehen, denn das ist natürlich unser vorderes Fenster, ne, da wo man dann natürlich rausgucken kann beim Essen. Und, ja, so, danach nehmen wir wieder unseren grauen Beton zur Hand und da hatten wir unten die schon hingepackt, da können wir jetzt einfach mal bis nach oben hin, zack, den grauen Beton aufziehen. So, und dann hier gleich danach im Anschluss, bei den zwei machen wir einfach alles mit der normalen Keramik zu. Wunderbar. So, jetzt nehmen wir nochmal unseren grauen Beton zur Hand und ich würde mal sagen, dü 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 dü, lassen wir mal, genau in der Mitte, so wie so ein Haar machen wir jetzt einfach mal eine Strebe rein, das wäre jetzt hier beim vierten Block, machen wir einfach eine Strebe rein und oben, ganz oben setzen wir dann nochmal unseren polierten Granit hin, das wäre dann nochmal dreimal. So, wunderbar. Okay, wenn wir dann das Ganze geschafft haben, nehmen wir jetzt einmal unsere blaue Keramik zur Hand und die setzen wir hier oben einmal rauf, zack, da machen wir es nicht brauen, da machen wir es so, sag ich mal, ja, gut, hellblaue Keramik kann man da hin machen. Ist an sich so ein Steinmaterial, was da ist und dann nehmen wir dann nochmal unsere Steinstufen zur Hand und die platzieren wir unter diesem Block einmal so hin. Man kann natürlich, wenn euch jetzt die Farbe nicht so gefällt oder lieber die Steinstufen nimmst, kannst du das Ganze auch austauschen durch Steinstufen, denn so eine Art ist die Farbe. Jo, wenn wir dann das Ganze denn hier auch langgezogen haben, nehmen wir dann nochmal die Keramikshand und können hier einfach den Rest damit aushöhlen. Der nächste Schritt wäre dann, dass wir erstmal die ganzen Fenster reinhauen und da fangen wir auch erstmal auf der Vorderfront an, wir können uns schon mal unsere Glarscheiben zur Hand nehmen, denn die müssen wir dann am Ende überall reinsetzen. Ja, auf der Vorderfront fangen wir jetzt einfach mal an, hier aus der linken Seite, lassen wir einfach mal zwei Blöcke an der Seite Platz, zack, machen wir einfach mal einen Löschlein rein, ne, auch zweier Breite, dreier Höhe insgesamt, darauf achten, dass wir oben und unten einmal die normale Keramik haben. Von jedem Fenster lassen wir einfach nochmal eine Blockbreite von zwei immer Platz und setzen dann noch eins hin. Auf der Vorderfront, vielleicht erinnert es sich noch, haben wir nicht genau eine Mitte, da müssen wir an sich drei Blöcke einfach mal so lassen und dann können wir hier unser zweier Fenster reinhauen, zwei Blöcke Platz und dann, wieder unser Fenster reinhauen, dann sollten wir hier auch noch zwei Blöcke haben, super. Kommen wir zu den Seiten, da machen wir einfach genau das gleiche Prinzip, Seiten lassen wir einfach zweimal Keramik, zweier Breite Fenster, ne, dreier Höhe, drauf achten oben und unten normale Keramik, ja und dann hier einfach das nächste Fenster rein und das machen wir auf der Rückseite genauso und auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, wenn wir dann das Ganze rausgehauen haben, können wir dann auch gleich damit anfangen, das Ganze mit Glas zu beziehen. Zack, und schon ist das Glas drin. Ich war auch gleich so frech und habe an den Seiten unten auch noch schon das Glas reingemacht. Beachte bitte, falls du hier auch schon das Glas reinsetzen solltest, oder jetzt in dem Moment so denkst, hey, ich mach das auch, dann mach noch unten noch eine Bodenschicht hin. Das ist nicht einfach so mit Gras da, also mach da echt noch irgendwas hin. Ich hab jetzt einfach nochmal diesen braunen Zement genommen und, ja, okay. Gut, wenn wir denn soweit sind, nehmen wir nochmal unsere Steinstufen zur Hand und zwar müssen wir bei den Fenstern, und das betrifft jetzt nur die oberen und nicht das untere, müssen wir noch jeweils einmal unten so ein, ja, sag ich mal, mit den Steinstufen so eine Ablage hinmachen und darüber machen wir das Ganze auch noch einmal. Bei mir ist das alles schon wieder dran. Ne, ich hab das auf der Vorderseite, Seiten und Rückseite nochmal gemacht. Wunderbar, wenn wir denn soweit sind, nehmen wir jetzt einmal unsere hellblaue Keramik zur Hand. Die hatten wir ja schon einmal jetzt hier verwendet. Die verwenden wir noch einmal hier unter unserem Fenster. Da platzieren wir einfach mal die hin, lassen an den Seiten jetzt hier immer so, ne, von unserem Fenster. Also eigentlich genau darunter, wo das Glas ist, machen wir einfach mal das hin. So, ne, machen wir kein Terama draus. Da sitzt dann natürlich unser Blumentopf, da kommt ja dann am Ende noch ein paar Büsche rauf, da ist ja so eine kleine Hecke vor. Ja, das war es eigentlich auch. Okay, dann nehmen wir unsere Eisengitter zur Hand und gehen zu unserer Tür. Das wird natürlich ja am Ende unsere Tür werden, da ist dann noch vorne so ein Vordach drauf. Jetzt kannst du dir selber entscheiden, wie weit möchtest du das Ganze nach vorne haben. Ich sag mal, ich mach jetzt einfach von der Wand aus 1, 2, 3, 4, 3, hm, ich mach mal einfach nur 3 entfernt. Man kann natürlich auch weiter gehen, ne, oder dichter, aber zu dicht sollte man auch nicht gehen. So, dann machen wir natürlich hier dreimal Eisengitter rauf und fertig ist das Ganze. Am Ende bleibt dann sicher jetzt unser Ziegelblock noch übrig, den kann man jetzt noch so verwenden. Ich sag mal, unser Gebäude ist ja nicht mehr so das jüngste, bei den Zimpsons gibt es ja auch schon eine Weile. Und da kannst du jetzt überall so ein bisschen hingehen, machst mal so ein bisschen, ja, das sag ich mal, die Fassade schon ein bisschen bröckelt. Ja, so ein bisschen abbröckelt schon, ne, dass da nicht mehr alles dran ist. Und dann kann man hier so immer wieder so einen Block hinmachen, das macht man auf den Seiten überall so ein bisschen hin. Tatatata! So, bei mir hab ich das Ganze einmal schnell gemacht, hier so ein bisschen rumgezogen. Wie gesagt, nicht unbedingt so doll übertreiben, so ein bisschen immer hinmachen. Ist nicht mehr das jüngste Gebäude in der Stadt, von daher könnten wir das einfach mal so ein bisschen, ne, so darstellen halt. Okay, so, wenn wir das Ganze haben, können wir dieses Blockmaterial einmal wegtun und dann gehen wir wieder an unsere Kiste ran und holen uns natürlich jetzt hier ganz gemütlich die zweite Reihe raus. So, wunderbar. So, was brauchen wir denn jetzt, um weiterzubürden? Ganz einfach gesagt, Tropenholztreppen, dafür nochmal die Stufen, dann holen wir uns die violette Keramik nochmal raus, dann holen wir unsere Blumentöpfe raus, dafür dann passenden Kaktus und dann Blätter. Ja, ich nehme jetzt einfach mal Eichenblätter, aber du kannst auch jede Blätterart nehmen, deiner Wahl, da bin ich jetzt nicht so. Okay, dann holen wir uns noch Akasienholzstufen raus, dennoch Schwarz-Eichen-Treppen und dazu passen dennoch die Tür. So, wenn wir dann das Ganze haben, dann geht's los, würde ich sagen, erstmal mit der Tür. Wir fangen an mit der Schwarz-Eichen-Tür, die setze ich mir einfach mal hier so rein, zack, zack, so nach innen gerichtet. Leider ist der Back noch da mit den Türgriffen, ne, aber das macht nichts, die sollte an sich, ja, passend aufgehen, wunderbar. So, darüber setzen wir dann einfach mal unsere umgedrehten Schwarz-Eichen-Treppen und fertig ist natürlich hier unsere Tür. So, weiter geht's, mit was wollen wir denn weitermachen, ist denn hier natürlich die Frage, nehmen wir die Akasienholzstufen? Ja, nehmen wir mal. Und zwar ist unten vor unserem Fenster, kann man sagen, noch so ein kleines Vordach. An sich ist das rot, nur leider gibt's keine richtigen roten Stufen, wir haben Akasienholzstufen oder Sandsteinstufen. Aber ich finde die Holztreppen besser als die Sandsteinstufen und daher nehme ich die einfach mal. Man kann natürlich auch rote Wolle nehmen, aber diese Blöcke sind nicht so ganz. Ich hoffe immer noch, dass irgendwann mal auch Wolle als Stufen kommt, denn wäre das Ganze noch ideal. Aber ansonsten müssen wir uns erstmal damit vorlieb nehmen. Das heißt einfach, wir setzen genau darüber einfach mal unsere Akasienholzstufen, denn so einmal so schräg noch so nach vorne gesetzt, so ein bisschen tiefer setzen wir noch eine Reihe und fertig ist dann dieses kleine Vordach. Kommen wir zu den Blättern, die können wir jetzt einmal hier vor auf unserem Blumenkasten einmal raufsetzen, wunderbar. An den Seiten, sage ich mal, haben wir jetzt hier drei Platz, setzen wir einmal hier einen Blumentopf hin, auf der anderen Seite auch nochmal. Da machen wir dann natürlich unseren Kaktus rein und darüber setzen wir dann ganz einfach ein paar Blätter hin. Ich sage jetzt einfach mal Dreierhöhe und dann passt das Ganze. Wunderbar. So, als nächstes gucken wir mal, haben wir jetzt violette Keramik. Ja, das heißt wohl, wir müssen jetzt aufs Dach gehen und beim Dach können wir ganz oben, zack, hier gleich glatte Schicht, alles einmal mit violetter Keramik ausfüllen. Zack, und ausgefüllt ist das Dach. Wunderbar. So, als nächstes kommen wir dann zu unseren Tropenholzstufen und Treppen. Mit den Stufen geht es natürlich als erstes los. Die platzieren wir jeweils auf unseren geraden Wänden und Seiten, außer jetzt hier auf unseren Viererflächen. Einfach mal die Stufen rauf. Wunderbar. Also, so sollte das Ganze denn hier aussehen. Auf unseren Viererflächen, die wir an den Ecken jeweils haben, nehmen wir unsere Treppen und die müssen wir einfach mal, sage ich mal, hier miteinander verbinden. So, in etwa. Und hier bei der freien Fläche, da bin ich mir immer nicht so ganz einig, machen wir da jetzt entweder einen kompletten Block hin. Hups, dann müssen wir natürlich so darauf achten, dass die Dinger immer so an sich zur Seite gerade weggehen. Machen sie. Wunderbar. Oder du machst das Ganze dann halt auch so einen Verbund, aber dann sieht man halt hier immer so eine Lücke drin. Könnte man sich immer streiten. Ich würde sagen, aber wir machen das Ganze so. Also, nochmal. Wir können hier einfach mal an der Ecke, würde ich sagen, einfach einen Block hin machen. Treppe, Treppe und Treppe. Da machen wir uns jetzt nicht so ein Drama draus, ne? Auf der anderen Seite auch nochmal. Dann würde ich sagen, geht es ja weiter. Das haben wir natürlich ein paar Mal. Das nächste Mal ist einfach mal, wir richten uns hier bei der Seite, bei unserer braunen Spur. Einmal so schräg nach unten, da können wir einfach mal hier diese drei weghauen und dann hier auch nochmal unsere Treppenschichten da hinsetzen. Muss man natürlich überall auf wieder Seite machen. Und dann noch ein bisschen weiter unten. Nicht genau unten, sondern einen darüber. Machen wir das Ganze auch nochmal. So, und das war es dann auch. Und das müssen wir nochmal bei allen anderen Seiten machen. Und schon stehe ich wieder hier auf der Vorderseite. Aber jedenfalls habe ich jede Seite hier noch gemacht, ne? Wie gerade eben gesagt. Zack, zack, zack. Dreimal insgesamt sollte das gemacht werden. Wenn wir das Ganze haben, gehen wir wieder an unsere Kiste ran und holen uns noch das letzte Block mit heraus. Guck mal, hier ist eine neue Reihe. Die holen wir uns natürlich gleich als erstes wieder raus, denn unsere Regel ist von oben nach unten immer. Passt auch perfekt ins Inventar. So, zum guten Schluss brauchen wir noch ganz einfach gesagt ganz normalen Ton. Holen wir uns noch Bruchsteinmauer raus. Ja, Steindruckplatten, Steinschalter. Man kann auch Leiter nehmen und pipapo. Aber das siehst du gleich, wenn wir es verwenden. Dann holen wir uns noch rote Wolle raus. Und Banners. Einmal das G und das T. Muss ich mir jetzt leider wieder ins Inventar holen. Zack. Denn seit dem neuesten Update ist, wenn du jetzt was weg machst, dann ist auch außen ein Inventar weg. Also das ist jetzt auch nur bei Banners so. Mal gucken, ob sie es wieder weg machen oder so. Naja, für Creative muss das nicht unbedingt sein. Aber egal. So, zum Schluss brauchen wir dann noch Fichtenholztreppen und davon nochmal die passenden Stufen. So, wenn wir dann das Ganze zusammen haben, geht es los. Aber habe ich gerade eben gesagt, falls du nicht weißt, wie man Buchstaben auf Banners macht, verlinke ich dir einmal unten in der Wie-Beschreibung nochmal ein Tutorial, wie du das ganze Alphabet auf Banners-Craft ist. Ja, so. Dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar erstmal mit der roten Wolle. Denn da fangen wir dann auch gleich beim Eingang an. Denn da müssen wir noch so das kleine Vordach setzen. Wir fangen einfach an. Hier bei unserer Strebe nehmen wir einfach mal als Markierung. Setzen hier erstmal die rote Wolle hin. Das Ganze können wir bis nach vorne ziehen. Wunderbar. Und dann machen wir hier oben bei der zweier Mitte auch nochmal mit roter Wolle hin. Dann können wir hier einfach mal das GT, das steht ja dann für unseren goldenen Trüffel. Also Goldtrüffel. Oder Goldtrüffel. Also auf Deutsch ist genau das gleiche wie auf Englisch. Und ja, wunderbar. Okay, so. Als nächstes nehmen wir einfach mal die Fichtenholztreppe wie Stufe. Die platzieren wir einfach mal an der Seite hier und machen so ein kleines, ja, so ein kleines Pult hin. Denn hier steht meistens der, also hier ist sogar der Empfangsbereich, wo schon der erste Kellner steht und sagt, ja, wir sind voll. Oder, ach nee, wir haben noch ein Plätzchen. Kommen Sie mit. Und ich zeige Ihnen das. Oder hier steht immer der, der das Auto noch einparkt. Denn wir müssten hier noch theoretisch noch so einen kleinen Parkplatz bauen. Aber das zeige ich dann alles im nächsten Teil, wenn wir uns das Ganze auch von innen drinnen angucken. So, danach kommen wir denn jetzt nur noch zu unserem, ja, Material, was denn jetzt für unser Dach noch ist. Denn darauf ist noch so eine Klimaanlage, ein Schornstein drauf. Also das übliche, was halt immer auf Dächern halt eigentlich ist. Und ich würde sagen, die machen wir einfach mal hier hinten in die Ecke hin. Achten drauf, dass wir hinten so einen haben. Und an der Seite würde ich mal sagen, zwei Blöcke. Dann machen wir das Ganze hier auf eine, wie ich mal sagen, vierer Länge. Obwohl, dreier Länge reicht eigentlich auch völlig. Machen wir hier oben drauf dann einfach noch Stein-Druckplatten. An der Seite machen wir auch noch mal ein. Obwohl, doch machen wir so zwei hin. Und da können wir eigentlich auch, machen wir da was drauf. Oder warte mal, wir holen uns noch was anderes raus. Wenn ich so recht überlege, sieht das doof aus. Wir nehmen noch mal Steinstufen hin und machen die an der Seite hin. Wunderbar. So, danach können wir hier noch einfach mal so einen kleinen Knubbel hinsetzen, noch mit einem Steinmauer, dann wäre das fertig. Kommen wir noch zur anderen Seite. Hier müssen wir noch so etwa so einen kleinen Schornstein raufsetzen. Das ist jetzt so Pi mal Daumen, würde ich mal sagen, dass wir, ja sage ich mal, vorne drei zur Seite einfragen. Dann machen wir einfach mal so einen Zweier mit einem Schornstein hin. und fertig ist das Ganze wie bei der Spiele-App. Jo, und fertig ist unser goldener Trüffel. Jetzt kann man die natürlich einrichten. Und, ja, das würde ich sagen, gucken wir uns dann einfach mal im nächsten Part an. Aber falls du jetzt noch mal irgendwie fragst dich, hey, ich weiß jetzt nicht so eine Folge, wo ich jetzt mich so ein bisschen, ja, sage ich mal, ranrichten kann, das Ganze mir einzurichten, empfehle ich dir ganz einfach mal diese Folge. Ich suche die jetzt noch raus. Genau weiß ich jetzt nicht, welche das ist. Aber jedenfalls ist es die Folge, wo Lisa, Hausmeister Willi, hilft einen Job zu finden und das ist dann ausgerechnet im goldenen Trüffel und da werde ich mich dann auch darin richten, das Ganze aus der Folge da reinzubauen. Genauso wird man es nicht hinkriegen, weil ich habe das Maß jetzt nicht so von innen drin, aber wir gucken mal, wie wir das Ganze machen und das alles halt im nächsten Part. Der ist natürlich einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, sobald er hochgeladen ist und ansonsten sage ich einfach mal, ich stelle mich hier vorne in Safety hin und wenn ich Safety stehe, dann warst du das Ganze hier und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also haust rein und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und tschüss.